Grüß Gott in Höffenberg, grüß Gott beinand. Ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen, da im Tal von der Steinernem Mühl und darf das machen mit einem alten Sprichwort aus der Region. Drei Vierteljahr Winter, ein Vierteljahr Kalt, Sankt Steffen am Wald. Und bei den Steffinger Musikanten darf ich mich auch gleich ganz herzlich bedanken für die Einladung, dass auch wir bei dieser Cold Water Challenge 2014 mit tun dürfen. Wie das im Tal der Steinernem Mühl auch so üblich ist, machen wir das natürlich bei einem Brickel. Dort wird auch schon die erste Kapelle auf uns, die Gesangskapelle Höffenberg. Viel Spaß damit! »Nun jedes Platt geht auf Brücker, nur muss nur ein bisschen schauen. Und wie geht die Kirche ein Stücker, drüber muss ich selber trauen. Jedes Platt geht auf Brücker, auch im Lehen. Ja, das war's jetzt, die Höffenberger Gesangskapeln, da auf der Brugg. So, wie sie damals auch schon die Zillertaler Hosentierl gesungen haben, geht's auch auf der Brugg ganz oft, ganz wild zu. Aber, Barbara. Wie ist sie? Wie ist sie? Barbara! 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 Kann man schon sehen, auf der Brugg ist nicht die Barbara. Darum werfen wir jetzt einfach mal einen Blick unter die Brugg. Ich bin Hexlar. . Musik 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 Ein Vorsicht, ein Vorsicht der Gewöhnlichkeit. Auf der Stelle, wie wir sitzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Und wir dürfen noch einmal Dankeschön sagen, wie wir es aufbauen. Natürlich dürfen wir auch noch einen ganz kurzen Programm hinweisen. Und zwar haben wir am 24. August wieder unseren alljährlichen Frühschoppen unten bei der Pfarrkirche. Und weil wir nicht mehr nominieren, gibt es bei der Seidelbar für jeden Musikanten, der das Code-Wort Cold Water Challenge 2014 aufsagt, ein Seidel gratis. Und ihr wisst ja, das freie Bier ist oben das bessere Bier. Buen Abend, Buen Abend. Buen Abend. Buen Abend. Buen Abend. Buen Abend. Buen Abend. Buen Abend.